hi leute herzlich willkommen zu einem neuen reaction video vom kanal kehrs incredible und mit el hikaru und zusammen gucken wir uns jetzt die bekannte so mittlerweile sehr bekannte tie rapperin an ein richtiges talent aus asien und zwar geht es um bisschen milli genau ich habe zudem coachella performance vom ersten wochenende angeschaut und es lief ja richtig gut viele feierten es auch nicht tpop fans und genau sie hat am zweiten wochenende ab wieder performt und dann dachte ich mir komm ich zeige es mal hikaru wir gucken uns das mal gemeinsam mal an wie sie performt ob es die gleiche performance ist oder ein paar neue lieder wir wissen es ja nicht und ja nach drei tagen machen wir das mal mal gucken wie es ist weil sie mehr infos habt ihr gerne runter in die kommentare schreiben und genau es wird bestimmt ist ja ein festival genau coachella ist ja richtig weltbekanntes festival viele internationale stars waren dort ja dann müssen wir mal dahin gehen und ein kleines video machen ach ja das wäre richtig geil aber ich weiß nicht naja ich will ich gerne dahin gehen aber aber gut dann fangen wir mal an milli at coachella 2022 weekend 2 let's go da ist die meli ja man merkt schon so die lipstimme ist richtig krass so langsam nach oben geh der reich auch Oh, ich denke jetzt ein anderes Lied. Nicht wie beim letzten Mal, das sind wohl andere Lieder. Not yet. Es ist mir richtig geil, das Feeling dort zu sein, zu chillen. Ja, die Stage ist riesig. Ja. Bis hier sieht man alles gut. Oh, ich bin bereit. Oh mein Gott. Kennst du das? Ja, genau. Ich habe schon Gänsehaut bekommen. Das ist auch perfekt mit den ganzen Spielen. Ja. Der Mirror. What's on your face? Beauty. Jetzt kommt's. Auch passend zu den ganzen Flammen im Hintergrund. Ja, genau. Medi on fire. Das ist ja wichtig auch. Ja, wir sind. Oh mein Gott. Millie. R, R, R. R, R. Oh, das ist noch echte Flammen, ne? Ach krass, das habe ich hier gar nicht gemerkt. Ah, wie nice. Oh, das funktioniert noch. Zutbang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Jetzt geht's los. Track, 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 track. Check, check, check. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist das erste Ticket. Die letzte. Red VIP. Wirklich nicht schlecht. Ich liebe ihre Live-Stimme. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh. 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 Oh, dass du das da aufn'mfeindigst. Oh. Yeah. Rap einfach. Ohhhh, jetzt geht's er. Das ist ein anderes Sage. Das kenne ich gar nicht. Ich hoffe nicht. Der Team steht ja weggebracht! Ja! Ich kenne was die Dane ist! Ich kenne es auch nicht! Das ist wie so freaky so crazy! I like it! Dann dem Kreis! Das ist so richtig gute Mucke wenn du Sport machst! Yeah! Don't forget to shower bitch! Alter! Du bist Sport man! Ja ja! Das ist wie Aerobic oder wie es heißt! Genau! Aber ich finde es echt klasse, dass bei beiden Performances vom ersten Wochenende und da, dass es nicht gleich ist! Dass ihr so Unterschiede reingebracht habt! Ja sowas ist wirklich gut! So immer eine Abdeckung! Abdeckung! Bye bye! Das war geil! Davon werde ich jetzt ein Ohr rum haben! Bye bye! Mein Name ist Willi! Bye bye! Richtig cute! Richtig cute! Richtig cute! Ja! Aber so als Solo Artist war Millie als Einzige! Das ist schon richtig beeindruckend! Sie ist gut aufgeschaut! Also ich weiß noch die Anfänge von Millie! Genau! Die waren auch richtig richtig gut! Ja richtig krass! Richtig stolz auf Millie! Das ist jetzt echt krass abgeliefert! Ja! Richtig! Schreibt gerne eure Meinung zu den Performances in die Kommentare! Hört mich sehr interessieren was ihr denkt! Und ja! Falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da! Vergiss nicht ein Abo da zu lassen für mehr Thai Music Reactions! Und sage auch Dankeschön fürs Zuschauen! Stay safe! Stay healthy! Und bis zum nächsten Video! Cheerio!